Nein, jetzt hat's kaputt gemacht. Okay, auf einmal zu einem weiteren Infovideo. Es gab ja schon mal welche. Und zwar geht's größtenteils zum Mario KTS. Ähm, bloß auch da, hallo, hallo. Ja. Ihr seht ja, dass zwischendurch ein paar Parts gekommen sind. Und irgendwie, wir haben die schon länger aufgenommen, hochgeladen. Und teilweise, wenn wir Sachen planen, ist das jetzt bei denen, bei Mario KTS im Grunde, so, dass das liegt, dass sie schon am 11. noch was hochgeladen wurden. Und deswegen nicht in der Overwatch hochgeladen werden. Wir werden versuchen, das zu fixen. Das heißt, wir werden alle nochmal offline nehmen. Dass ihr euch nicht wundert. Man sieht's ja gar nicht auf dem Kanal, selbst wenn man da nachguckt. Ja, du musst ja wirklich das suchen in der Suche. Dann findet man's ja trotzdem. Aber ja, das ist ein bisschen doof. Deswegen, wir nehmen das nochmal offline. Wir haben da nichts für. Äh, wir können da nichts für. Und die kommen einfach alle nochmal. Die paar Parts, die funktionieren, bleiben vielleicht einfach so. Und ansonsten kommen sie neu. Und dann funktioniert's hoffentlich. Das war ziemlich alles, was wir sagen wollten. Plus, Bayonetta und Sonic Frontiers coming soon. Also, wird weitergehen. Ist grad nur ne Pause, weil da wird's ein paar Änderungen geben. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ja, Mario Kart geht weiter, beziehungsweise von vorne. Und dann klappt hoffentlich alles. Das war's eigentlich auch schon. Tschüss. 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 Vielen Dank.